Guten Tag, mein Name ist Martin Brunius und ich bin Neuwagenverkäufer beim Autohausbau Lüsker in Kloppenburg. Ich würde auf diesem Weg gerne den Gewerbekunden ein Leasingangebot vorstellen. Aktuell bieten wir den Mercedes-Benz GLC 220 Diesel 4MATIC mit interessanten Ausstellungswerkmalen wie zum Beispiel dem Navigationssystem, dem Parkpilot und der Sitzheizung für nur 389 Euro auf 48 Monate an. Das Fahrzeug hat einen Preis von 39.830 Euro. Alle hier genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere Infos finden Sie in der Videobeschreibung bzw. auf dem Link, der zum Angebot führt. Rufen Sie mich gerne jederzeit an. Meine Kontaktdaten finden Sie auf dem Angebot. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Danke.